Was ist das größte Mob in Minecraft? Wenn du ein Profi bist, denkst du jetzt an einen Riesenzombie. Doch das ist falsch. Denn wenn du ein Gigaprofi bist, weißt du, dass der Endertrache deutlich größer ist. Doch weil es ein Boss ist, kann dieser Mob nur eine bestimmte Größe haben. Und die Größe kann nicht verändert werden. Auch nicht mit Commands. Jedoch kannst du die Größe anderer Mobs verändern. Wie zum Beispiel bei einem Slime. Das hier ist zum Beispiel ein normaler Slime. Das hier ist der Endertrache. Und das hier ist der größtmögliche Slime in ganz Minecraft. Und du kannst ihn nur erstellen mit diesem Command. Und er funktioniert nur bei dem Slime und dem Phantom. Jedoch da der Slime viel größer ist als ein Phantom, macht es den Slime zum größten Mob in ganz Minecraft. Und jetzt weißt du...